wir alle auf die quote warten alle 20.000 noch nicht gesetzt alle 10.000 träger 10.000 auf mich ja da muss ich mir geben noch mal 10.000 gesetzt auf mich ist hier nur trigger mit 10.000 ab 87k irgendwann muss das raus irgendwann kommen die ganzen forces spielstahl mit drei trolls bei mir okay einmal warst du keck oder arm und du hast glaube ich na das ist immer schwierig wenn man zwei verschiedenen namen hat das macht mich fertig zugegen mich das ist der fehler jetzt gegen mich zu setzen jetzt spiele ich ja nicht mehr auf zwingend auf trolls weil ich es unbedingt spielen wird es gibt auch kein schulwort ja du bist der keck okay so dumm so wie chaos nicht liegen lassen oder somit mitnehmen und die drohe liegen lassen hat nur wegen der quote gegen mich gesetzt das ist schon belastend ich weiß es auch gar nicht jetzt nicht schauen wir haben viel und ich habe nur trigger gesehen dass er auf mich getippt hat und deswegen werde ich für trigger hier kämpfen dann hol mal die punkte zurück okay ich gebe mir mühe spaß ich werde nicht auf mails gehen die quote ist gut für gegen tippen gegen mich tippen oder wie oh ja mein paul in eisener mein ritter in einzel eisener rüstung mein paulo hallo ralf moin moin ralfi sind die leute hier sind wir die tryhard brüder am start nach haare am start auch also schon tryhard hier am stüttel wollen wir rank auch im finale nicht vergessen der muss dann aber von der rank musste dann essen gehen alles weg und tschüss heute ist schwieriger beginn leider für die ob ich getippt haben gerade an trigger not theodore das ist gerade ein harter anfang das gibt mir ein bisschen der hoffnung schon stand's ready die pärchenparty ist da die pärchenparty ist da hurra da will ich auf hunter gehen wenn ich badrider lieber mit ich habe ich habe nur zwei von roda da kann ich lieber badrider mitnehmen hey shambhalaya guten tag guten tag moin moin shambhalaya mal wieder am start lange nicht gehört vor dem schlüssel bis das ding mal werde ich nicht mehr los jahre das musste ich mehr los das wirst du echt nicht mehr los er wäre so easy im dungling hätten er würde ich mir sofort holen wobei ich mit meinen normalen baby roschern dafür aufgeben ich weiß nicht ob es wir als groß ja danke für den folgen bringen du magst er noch machen ach stimmt ich wollte den baby roschern spielen ich finde bei dem so schade dass der vorne so einen komischen sack im mund hat er wäre so viel cooler wenn er diesen sack nicht im mund hätte das macht ihn so was von uncooler wir sehen hier die gewohnte night taskbomb hat er hat auch schon der will ich da mit zwei für mich kein schaden einfach zurück ich weiß nicht ob milde schon weiß ich mir mal schwank mir millenare kommen falls er heute kommt ob der flash des walds zurück ist das ist jetzt frisch das ist jetzt frisch danke für den zweiten monat jambalaya vielen vielen dank er geht raus danke für den prime dank für den support wer ist denn dafür aus dem pool raus haska ist ein level 3 er geworden und der level 3 er um die night ist raus dafür quasi also online ist raus und haska ist ein level 3 er jetzt ich habe noch nicht geholt wird ja gut aber jetzt macht er ordentlich damage kommt er muss bauen die anderen fast toten machen sonst wird es knapp und der noch viel leben ok aber er hat seine ult auch nicht mehr ready gehabt zum glück haska level 3 dann aber deutlich schwächer ja ja haska ist auf jeden fall viel schwächer geworden haska ist viel viel schwächer jetzt im match bleibt gleich stark mit level 3 er hat ihn auch schon ich ziehe nur pärchen leute mann ich kann nix fertig machen davon nix übelst belastend ich bringe ein Ende der magie master of beasts ist da eine neue level 5 drin ja jolo gamer lukas level 5 was neuer drin war schwächer troll warlord ist weg ich weiß nicht wir haben schon auch durch das spiel dort mit dem cancel das stimmt oder troll warlord ist wieder weg endlich ich hab ihn so vermisst ja omni verstehe ich auch nicht ganz warum man raus von nights verstehe ich schon eher fast es gibt halt vielen die leute haben sie wahrscheinlich gedacht okay wir müssen wenn wir neuen level 3 mit haska machen müssen wir irgendein level 3 herausnehmen und es gibt so viele nights halt schon es gibt halt viele nights im game aber was willst du sonst für ein level 3 herausnehmen ich würde spontan keinen sehen den wir richtig gut rausnehmen könnten zlada vielleicht weil es auch viele krieger schon eh gibt sonst braucht man die alle eigentlich irgendwie die level 3 hm das game hat bock auf trolls sonst wieder ein sniper ey jeder rollt einen sniper scheißwiserts hey safix ehre danke für die zwei geschenkten abos ehre geht raus danke zum sagen brauchen wegen nagas safix was geht denn hier ab Alter voll krass erst kommt ding zurück ne seit ewigkeiten shambalaya und dann ist safix am start safix lang nichts von dir gehört freu mich dass du hier bist und danke nochmal für den support vielen vielen dank ich habe erst gestern noch vorgesehen darüber nachgedacht was mit safix eigentlich los warum es endlich so lange ich mich hier war wenn das show about back ist bin ich auch back lol das hat vorher auch jemand geschrieben wir haben heute schon 3 4 leute die back sind die schon lange nicht mehr da sind die aber durch den team jetzt durch den show wieder back sind das finde ich cool aber freu mich dass das am start ist wieder safix und dann danke nochmal für den support auf jeden coole sache freut mich sehr ich habe einen anderen feld noch verliere aber auf meinem feld gehen die ganzen schlechter ans spiel zum glück der dusk ist always ready for a fight ach Leute was ist das hier hat den Bezug zu dem game ein bisschen verloren ein bisschen schade ja alles gut selbst ist kein stress also verstehe ich vollkommen ich bin schon wieder drüber hinweg nein alles gut wirklich meine Gags sind auch meine Gags sind nicht besser geworden keine sorge ich nehme es immer kein böse aber ich finde es immer cool wenn Leute wiederkommen die länger nicht mehr da sind freue ich mich jedes mal wenn die Leute wieder am start sind viele sind auch wieder am start und bleiben dann auf einmal voll lange wieder und dann bin ich jedes mal ein bisschen hype muss ich sagen so wie Mahara, Mahara war auch eine Zeit lang weg aber sind wieder extrem aktiv seit 1,5 2 Monaten schon wieder aber auch Tränen in den Augen dann dann okay natürlich verdienen wir in genauer Runde 90 Streak Klassiker passiert nochmal richtig schön Schaden ja man könnte es den Chaos Knight mitnehmen aber wenn ich ehrlich bin ist das nicht mein Ziel eigentlich Chaos Knight auf 2 zu bringen oder es ist eigentlich nicht mein Goal und ich will auf Gold bleiben ich will lieber die Kriegerle mitnehmen ich will hier nichts löschen ich will hier nichts löschen okay das gefällt mir doch schon besser das gefällt mir doch schon besser wir könnten auch ihn stellen einfach da können wir gleich noch stellen jetzt noch Platziger und die Welt ist in Ordnung wir haben einen Platziger noch weg aber Platziger hat auch viele Hater leider gehabt Platziger hatte leider auch viele Hater weil der schon ziemlich OP war muss man sagen der war schon sehr stark aber ich hatte da nichts dagegen aber ich hätte ihn gerne gespielt woher hier ist wichtig predominant jetzt kommen die Rechtschreib-Boys wieder rein ich wollte schon das N-Wort benutzen also das N-A-Z-I-Wort einfach mal komplett buchstabieren dann ist alles in Ordnung ähm ähh 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 Ich würde da sogar nochmal auf den Drop gehen mit Brewmaster, aber ich glaube, das ist jetzt einfach ein bisschen dumm, weil es wäre jetzt auch ja dumm, das noch so zu spielen. Was ging hier ab? Ach so, das passt. Avaron, scheint sehr strong. Nochmal Losing Street, ach ich weiß nicht. Wir werden schon gleich stärker werden. Okay, komm, gehen wir jetzt die NG2 einfach wieder ins Team. Das wird trotzdem weiter als Spawn fungieren. Wir könnten TASK wieder raus, den Biest haben wir jetzt auch so, wir könnten dafür irgendeinen Krieger stellen, aber ein großen Unterschied macht es nicht wirklich, oder? Ich glaube, ein großer Unterschied macht es nicht wirklich. Beep, beep. Na, da ist schon mal die Schleppung, die hier raus ist. Wir werden stärker werden, NG2. Ja, guck mal, wie die hochheal, also die NG2 macht schon gute Arbeit gerade, glaube ich, die Runde, ohne Witz. Ich glaube, die NG2 hat hier gut heal gemacht. Er stimmt einfach nicht. Okay, er stimmt doch. Ich glaube, das war nicht schlecht mit der NG2. Und immerhin hat sie mehr Schaden als Ex, als die Spawns und als Venomance an sich selbst gemacht. Aber Spawns werden wir sagen, wir haben mehr Schaden gemacht. Und Exes Level 2. Ja, das war schon stark. Ich will eigentlich da nichts hören. Ja, das war schon stark. Jeeps, I rise. Hm. Tja, jetzt ist die Frage. Ich würde gerne mal zwischendurch eine Runde gewinnen, nachdem wir gerade zweimal die ganze Zeit auf Tropes gegangen sind. Niemals gibt es eh keinen Tropes, wo man cool nach Tropes spielen könnte. Hey Blend, servus, guten Tag, guten Tag. Hallo Blend. Ich bin ja eigentlich zwei im Feld. Guten Tag Blend. Okay, ging jetzt auch nicht gereicht. Okay, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir gleich ein bisschen rollen. Machen wir auf jeden Fall schon mal jetzt den schönen Dismiss rein von den Humans. Oh lol. Oh, Human Dismiss ist günstiger. Oh, aber Human Dismiss bringt jetzt auch weniger. Warte mal. Ja, der Human Dismiss ist jetzt für die, die ich spielen will, nicht mehr so viel wert. Mit drei Humans. Dann könnte ich auch einfach den Wizard, das müssen wir machen für zwei und für viel weniger. Ja. Okay, was macht ein Bein hier? Auf Bein die Bank voll? Okay, die Bank voll, ja. Kann es sein, dass Lobbys wieder bugged sind. Du musst mal gucken, ob du die Spiele aktualisieren musst. Bei mir waren die vorher auch bugged. Und das habe ich mal angeschrieben. Ich habe aber aktualisiert. Danach ging es wieder. 6 Trolls, 6 Warl, einfach nur weil Trolls Pflicht sind. Ja, geht ja jetzt nicht mehr so easy. Also wenn es Troll Warlord gibt, würde ich es auf jeden Fall mal probieren. Aber es gibt die Runde eh keinen Troll Warlord. Und mit Wizards will ich das nicht spielen. Zumal es geht nicht mit Wizards, oder? Keine Ahnung, es ist kein Chaos über mich passen. Ich bin mir das aber gerade nicht sicher. Ich bin mir das aber grad nicht sicher. Zwei mal. Warte mal, den habe ich ja auch schon. So ein Stress, Alter. Ich hoffe, die machen das. Dass sie auch nichts fertig bekommen haben. Krieger sind aber eigentlich ganz gut gegen die Assassin Boys. Ich will mal Items haben. Ich habe einen Weaponsmith. Eine Oga-Ax. Sehr danke für die krassen Items, die du mir gibst. Die Dusk ist immer bereit für eine Krieg. Der größte Stress, den ich jemals in meinem Leben hatte. Kriege ich von den Kriegern weg. Wofür sammelst du denn die Elfen Meepo Akir-Werse bekommen? Das stimmt, aber ich muss nämlich die ganze Zeit entscheiden zwischen irgendwelchen Sachen. Und es wird es halt Meepo Demons einfach werden. Demons, ähm, Elfen meine ich. Druiden-Taktik. Jetzt kann man auch noch ein LD, was ganz cool ist. Aber jetzt bin ich wieder schon reich. Ich bin eigentlich recht zufrieden jetzt gerade wieder, nachdem wir es jetzt in den Rolls drin haben. Wir müssen jetzt auch von den Kriegern weggehen, weil wir Platz brauchen. Aber das ist in Ordnung. Gehen wir von den Kriegern weg. Wir haben jetzt ja genug andere Sachen, wo Starks sind, die wir stellen können. In Green, on my way. You can't keep a deal. Enchanted, I'm sure. Woher können alle Leute hier hell sehen? Hä, wieso hell sehen, Mastero? Wie meinst du? Ich gehe gerade nicht ganz. Komm, ranken, ranken. Krass, wie die Stärker mich die schon stärker gemacht hat. All direkt, Meepo, Meepo. Ja gut, das weiß man vorher nie, natürlich. Ich hatte ja zwei Meepos zwischenseitig. Aber gut, ich muss halt, ich hatte halt Stress. Ich hatte halt mal keine Sachen fertig. Das war ein bisschen schade. Ach komm, jetzt komme ich nicht mit solchen Rolls hier an. Ja, jetzt kann ich mir nicht erzählen. Da rolle ich aber weiter. Das war's, ich kann mich selber geben. Ich habe nichts mehr auf mich bekommen. Ich habe nichts mehr auf mich bekommen. Ich habe nichts mehr auf mich bekommen. um die quadroft konnte man schon wissen ja leider warum hängt sich ja gerade mit dem schock runter rollen auf dem monument hoffen ja ich hole auf jeden fall runter damit ich meine sache ich habe angst dass jemand auch zieht ich habe halt ich muss dir vorstellen alles was ich ziehe ist ein upgrade und ist ein krasses upgrade wenn du meinst das krasses update terrorblade schade ist auch ein krasses upgrade jeweils diesen krassen ld wäre krass nur halt noch ein anti-mage wenn ich krass ohne zweite end und zwei sachen die ich ziehe werden krass und klar monopole wichtigen runde 20 dann für enke für in kam wieder aber ich muss auch noch level abgehen irgendwann wenn ich alles so stellen kann ich mir das vorstelle aber ich roh auf jeden fall ein bisschen ist noch ich bin jetzt kurz noch mal chillen ich bin jetzt kurz noch mal chillen ich bin jetzt kurz noch mal chillen die kann man so hart kassieren was eine runde ich habe wohl 90 25 prozent ja das war auf jeden fall nice alka das stimmt ich muss mal kurz gucken dass ich es hilft ihnen schon mal ziehe ich habe selber ein bisschen schluss ich bin jetzt nämlich alles ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt das das wäre jetzt wichtig boys wir haben einfach wahrscheinlich so wie es aussieht haben wir gleich die drei bevor wir terror bei zwei jahren wichtig wichtig das ist ein comeback guckt euch runde 1 20 das team an das wirklich raus wenn wir so geil immer alles den kuhlern trein sonst ansonsten sonst ansonsten den schenken wir hoffen wir das war richtig wichtig das waren richtig starke dinge und wir haben den gegnern so viel weggenommen ist euch auch vorstellen für den gegnern wir weggenommen haben selbst die kann jetzt keiner mehr hochziehen außen mit der ios wir sind einfach letzte ich brauche terrorblade shadow fiend anti mage aber wir haben extrem viel level 3 herausgenommen haben den triant noch ausgenommen ja okay wir haben drei level drei herausgenommen nicht früher werden das jetzt schon vier gewähr fünf gewesen mit jungen des miss mit dem um die night noch ja aber trotzdem ist die gut aus für uns solltest du mal den terrorblade hallo carly moin 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 carly was hatten er schon was ist bei ihm passiert wort der herr dieser level 9 dieser level 9 auch nee dann kriegt mein schaden wieso wieso relic ja sinn reaper meint ihr das war nur von sinn reaper oder welches relic meinst du auch was xp mäßig was bringt hätte der losing streak am anfang auch gespielt hat deswegen ganze sich hochstecken können das xp geht bei win auf gegner ja sinn reaper ich habe all items for battlefury true ich kann battlefury bauen nachher aber battlefury ist halt nicht so geil auf dem dings leider nach terrober ist echt nicht so nahe ist aber du kannst du platz technisch wächst alles benutzen also jetzt kommt jetzt aber es geht jetzt in die richtige richtung das gefällt mir ich meine du ganz cool in dem team mit battlefury später noch ein doom sich aufzubauen auf level 8 gehen dann noch du hochpushen oder mangel kriegen ja für mangel ist auch eine option bestimmt wollen wir auf dies noch mehr gehen ich weiß nicht ob wir auf vierer bis gehen wollen ich würde eher auf vorks aufbauen mit das team ich lasse mal doom auf jeden fall liegen ich muss erstmal bei meinem gold investieren in terrobert und shadowfiends und anti-mage ist ganz wichtig ich würde glaube ich sogar die endlich mal auf drei bringen und behalten eine weile gibt es morgens wenn ich dann mal dinge spielen würde also klar gibt es morgens mich echt dumm ich könnte noch morgens dazustellen dann also ich könnte zwei level gehen also drei level gehen sogar dann vierer bis und morgens dazustellen im late ich meine ich bin 25 prozent da mein team ist schon stark jetzt wenn ich jetzt einmal aus irgendeinem dumm dumm ding mal kassiert bin ich halt raus deswegen sollte ich schon schauen dass ich jetzt schreitig schnell dass ihr zumindest mal fertig bekommen vielleicht wollte ich sogar einmal runter jetzt ich hole einmal runter jetzt ich hole einmal runter ich hole einmal runter ich hole einmal runter ich hole mich dann irgendwann wenn ich die Sachen hochziehen so viel gold zurück bekommen manche klingt zwei läuft bei dir die bäcke angepackt ok mancheками war logs ja gut aber ich hatte eigentlich nicht nicht die restete liegen noch mal gesagt wegzugeben wenn ich ganz ehrlich bin wir weiterleiten das ist ja übel krass ist auch ein krasses item wenn du dann gericht wenn du halt auf level 3 ag ist das item einfach das gelingt ist einfach bombe mit dieser aussage möchte ich nicht den terrorismus unterstützen die low alle sind kurze sich mal an ohne 24 und die leute haben zwischen 25 und drei leben von platz drei bis zum letzten aber warum ein bisschen abstand dann und am morgen halt kalambi hat es geschafft hat aber er hat extrem viel noch einbringen in der magic sehr starkes comeback bis jetzt hier auf jeden aber war natürlich auch lucky dann dass wir die truiden pferde also den ld ne also wie schnell wie diese lds haben wir komplett hinterher geworfen bekommen und die truiden danach auch irgendwann nein der shadowfind wie der shadowfind auch kam und wie der terrorball inzwischen auch noch kam ja mit nice ist auch sehr stark kann ich mir gut vorstellen sein bei die versorger ja aber der nachteil ist wenn keiner drauf geht ist der nachteil dass du weniger gold bekommst für die nice die hochziehst weil umso mehr leute das spiel umso mehr gold bekommst du nachher durch monopoli umso mehr wird die shadowfind noch mal ein kaya bauen oder würdet ihr mage resistent hier sich also zusammen basteln aber das können wir gar nicht weil wir brauchen ja das für battlefield das andere ding ich mach mal ein kaya einfach shadowfind drei mit zwei kaya fühle ich ich bringe an end to match 2 You can't keep a demon down! Vile Sorcerers, to thy justrum I was the devil on your shoulder I'm not afraid of this one I'm gonna shoot a dragon on my shoulder Achtung Wallox-Jung, on jeden Fall Ach der Wallox-Jung auf jeden Fall Das ist Dardukat Gaming Brille bei Lone Tree It He 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 Okay, komm, seien wir ehrlich, das ist schon interessant. Lass mal die noch verzweifeln, ich will jetzt nicht, also ich hole jetzt nicht für eine einzelne Unit noch. Okay, ich gehe ganz gut auf K, ich bin gleich wieder am Stüssel, bin gleich wieder da. Okay, ich gehe ganz gut auf K, ich gehe ganz gut auf K, ich gehe ganz gut auf K. So, bin weg. Au. Wie saß ich Drache Undead, ja. Und Winterweiben war auch Drache Undead Mage, die war beides oder alles drei. Eigentlich bin ich zufrieden mit der Aufstellung, wie die ist. Das ist ganz wichtig. Oger Hood. Wer ich theoretisch recht nah dran, ja. Zwei Dinger für mich halt, zwei Oberexte. Bringt nicht viel. Ah, doch, wenn ich ein paar Spawns habe und noch ein Oger stelle, wäre das gar nicht so bad. Ich habe schon Mini-Units. Ich habe ja LD, der stirbt, ich habe den Baum, der stirbt theoretisch, dieses gespawnte Ding und dann habe ich die ganzen von dem Furion, die ganzen gespawnten Teile. Ja. Also Oger Hood wäre, glaube ich, schon auf jeden Fall interessant. LD's Ranged. Aber LD spawnt einen Nahkampf. Baum ist Nahkampf und der Furion spawnt ganz viele kleine Teile, die die ganze Zeit sterben. Ich will das schon gerne mal nicht zurückhalten. Fährst du da besser? Ja, ne, irgendwas halt, wenn der halt irgendwie einen Doom raushaut, ist der schon ganz gut, der Doom. Ne, Quob können wir auch spielen, aber Quob finde ich jetzt nicht so eine krasse Junge. Gerade die, diese Quob ohne Mana ist halt Schmutz. Ich habe zwar ein bisschen Mana, was ich irgendwie geben könnte, von, irgendwie von Shadowfiend drunter oder so, aber Quob ist nicht die Junge, die ich jetzt hier gerade suche, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt am liebsten 4er Warlocks noch drauf bringen, eigentlich. Aber noch 2 Warlocks, am besten halt den Alchemisten, dann könnte ich halt mit Alchemist theoretisch noch. Ähm, dann hätte ich nochmal Nahkämpfer können, dann hat Oberbub. Ich brauche aber eh schonmal noch, also Oberbub bin ich eh noch weit weg. Also 2 solche, ähm, Ex ziehst du nicht so schnell. Der Doom sieht so süß aus neben dem Baum. Es ist wie so Frodo und, äh, ne, 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 nicht, also Meryem Pippin im Wald hier, ne, mit dem ist es auch schlecht. Die Old würde Terrobert und Shadowfiend hat viel Zeit verschaffen. Ja, prinzipiell hast du auf jeden Fall recht. Wenn die Oldshard rauskommt. Das Ding ist halt, wenn Quob in die Backline, selbst wenn ich ihren Dings gebe, selbst wenn ich eine Energy Booster gebe, ist eine Quob Level 1, die Spring, die Backline hat 40 Mana in der Backline. Und dann, wenn die, wenn die angreift, wenn die angegriffen wird, stirbt die gleich, weil die kaum Leben hat auf Level 1. Und wenn die nicht angreift, dann ist auch schlecht. Was gibt's für Warlock gibt's? Also, falls Mach A nochmal das größte Problem wird, oder generell Mages, dann könnten wir auf jeden Fall nochmal das fette Mage-Verteidigungsding basteln. Hey, Ira sagt, genau das Ding haben wir jetzt, was du grad geschrieben hast. Bekommst jetzt einen Rewire, hat nicht funktioniert leider. Der ist halt ge-, also Mach A ist gefährlich im Moment noch. Gegen Mach A könnten wir aber theoretisch, falls ich im Late Game gegen ihn kämpfen würde, könnte ich was umbauen, aber dafür ist ja kein, nicht das Problem nicht groß genug, dass ich halt irgendwas kaputt mache dafür. Moment, bis ich es noch nicht hier. Ach BKB und Terrorblade. Ich könnte viel auf Terrorblade bauen. Ich könnte auch generell von, ich könnte auf dem Valleyfuel weggehen, dann könnte ich, ich glaube Valleyfuel bringt mir nicht so viel, oder? Mina ist eh Fernkämpfer dann später. Hier ist Puss in deinem Augen. Wobei... Das ist schon besser, würde ich fast sagen. Ja, mir fehlen zwei Rewire, also ich habe keine zwei Rewire, was soll ich sagen? Also, wo sollen die zwei Rewire auf einmal herkommen? Ich glaube, die kommen jetzt vom Keck zwei Rewire rübergeflogen, oder wie? Ich glaube, ich habe noch nicht dran. Da könnte ich nur 35 bauen. Hey, er schiebe ich doch nochmal, nice. Hallo Manuel, moin moin, servus. Moin, servus, moin. Ja, ich kann eigentlich mal, ich habe mir die aufbauen, das ist doch ätzend. Ich glaube, ein bisschen Split, was spielt nochmal? Ja, oben spielt Trolls, oder sowas, oder? Ah, oh, er spielt vierer Schamanen, okay. Nice, see. Wie, Machar auch nicht mehr... Machar hat schon ein bisschen Glück, dass er schon seit zehn Rund nicht mehr gegen mich spielen muss. Weil er gegen mich die ganze Zeit rausfliegen würde. Übrigens, GZ, die auf die, die auf mich getippt haben. GZ an diejenigen, die auf mich getippt haben. GZ, da istSpec encouraged冷 sociais. GZ Es ist sogar Dengen vier theoretisch, weil aus drei, zwei kajas kommen drei Dinger raus, das wäre Dengen vier. aber ich kann sie im moment noch nicht umbauen das riecht nach ruck ja stimmt das könnte eine ruck ist kommt wieder auf flug hochgehen ist sowieso gg ja ich glaube auch da passiert nicht mehr viel in der runde lol ich habe drei selbst gebaut sogar ich wollte grad gg reinpacken stimmt ich hatte nicht mehr verloren ja das stimmt das wir könnten im zweifel theoretisch auch noch vierer bestellen mit morgens können wir den neuen morgen bach sehen sie wir dann schon viel mit denken vier auf dem thumbnail oder sehen wir ein terrorblade mit dem park inside offensamt der später füge bis die frage die frage was wir kommen von backträgen noch sammeln ich will jetzt nicht so oft auf druck komplett roh und ehrlich gesagt den vier die wiese wenn man sich schon schon viel mit denken viel ganz cool ja ich könnte noch mal irgendwie kommen wir auf das druck rollen um mich letztendlich rein zu bringen aber wahrscheinlich war es jetzt aber ich will es mal gucken wenn ich mal kassierer auf einmal stärker wird bin ich froh wenn ich noch die optionen offen habe ich glaube das war es dafür nur nicht immer paniken guck mal das sieht nämlich noch mal ganz knapp hier aus die geschichte gerade schon mal eine ganz knappe geschichte auf meinem feld und dann ja von wegen das war es 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 keine chance mehr ich weiß nicht mehr ganz gut da ist oh ganz kurz hochmull kommt vor dem fall den punkt fühle ich gerade auf jeden fall hart aber ich habe eigentlich habe ich gesagt es kann mal gefährlich werden deswegen nicht alles kaputt machen eigentlich habe ich sage kohls mal kurz gesagt haben ich habe nicht gesagt ich kann noch mal ohne die letzten deshalb ein manking reingebracht aber ich glaube diesmal außer überlebt natürlich wieder ich überlege mal krass das nascar 3 immer noch so wie die ist obwohl dann level 3 unit ist ich bekomme das gar nicht da und er denken denn denken leute der denken hat gemacht denken hat den sieg lol das habe ich gar nicht gesehen das war frech ich glaube das ist eine ganz coole idee für die runde sogar 40 ja sehr witzig war das auf jeden fall also ich habe es morgen war das heißt wenn ich den mann geklingelt wenn ich ihn jetzt in haska low bekommen müsste auch scheiß die aufstellung haska müsste doch früher sterben jetzt oder wenn er erst mal low ist ich muss doch ganz gut für sowas sein der neue buff oder dass er wenn auf ein frittes einfach drauf geht ja guck mal jetzt geht einfach drauf also es ist ja auch so balletttänzer wahrscheinlich gerade nein bitte nicht angehen das ist ja auch so balletttänzer wahrscheinlich auch so balletttänzer wahrscheinlich auch so ja heute kam ab der stelle top dann ziemlich nice ist update das ist auch links auch zurück mani sagen danke du solltest einfach das als das generell wenn jemand reinkommt solltest jetzt kommen wir wollen mal liegt noch irgend morgen von mir genaues okay gg und ruk 1 wieder alter was ein match was ein match brewmaster wäre nochmal auf 2 gekommen das wäre hart gewesen nice schöne runde und richtig spannend zum schluss auch was ein comeback gg leute gg wie